Mit einem tollen Wackel zur Hand eben, schickt Dom Nowak wieder einen Strich, jetzt ist Severas da, wichtige Parade, wichtige Parade. Also habt schon härtere zwei Minuten Strafen gesehen, aber wir sind jetzt auch schon in der zweiten Spielhälfte, Severas nächste Parade, jetzt mit dem linken Fuß, vorher mit dem langen rechten Arm, das ist mir ein bisschen zu viel. Nee, Hendrik Wagner zockt jetzt, Dom Nowak gegen Severas, der hat schon drei sieben Meter gehalten, jetzt ist der vierte! Nie, Bobina einmal angezogen, nee! Fünfter sieben Meter gehalten und jetzt kommen wir glaube ich rekordverdächtig in die Saison rein, ich glaube das gab es noch nicht in diesem Spieljahr, fünf sieben Meter. Jogi Bitter hatte glaube ich, oder hatte er auch fünf, checken wir mal gleich.